Ein Spiel mit nur drei Karten. Eins, zwei, drei Karten. Achten Sie auf die rote Karte. Achten Sie auf die Herz 3. Und, überrascht, noch einmal mit nur zwei Karten. Die rote Karte wird nach unten wandern, dorthin, wo die zwei ist. Eins, zwei, drei. Oh, die 3 ist ganz nach unten gewandert. Achten Sie auf die Herz 3. Wo ist die Herz 3? Hier oder hier? Da oder da? Ganz egal, was Sie sagen. Überall die Herz 3. Verzmachen? Ja. Bis zum nächsten Mal.